Das ist der One-Or-Home-Kit-Basis. Was besonders ist, weil Fiberau ist der erste Hersteller auf der Welt, welcher ein Unterputzmodul für Home-Kit anbietet. Da könnte man ja meinen, dass da die anderen Fiberau-Produkte, die Marona-Satak, vielleicht noch kommen. Da könnte man meinen Fiberau vielleicht kommen. Das ist die Möglichkeit, die Fiberau-Singleswicht. Die Fiberau-Singleswicht ist klein. Die Fiberau-Singleswicht. Die Fiberau-Singleswicht. Die Fiberau-Singleswicht. Die Fiberau-Singleswicht. Die Fiberau-Singleswicht.